wenn du gar nicht locker die meldung ist nur weg und geht immer noch nicht erst mal man muss nur so eine kacke sagen dann kommt die scheiße doch alles ich hoffe einfach dass die band der letzte support gebackt ja und der erste pickt jetzt für ihn der spammt das war's mit dem renata trauen bestimmt nicht gebannt nächstes game ich möchte auch zu let it was soll denn das ist ja aber das ist schon bald okay no reason of an agis kommen wir gehen jetzt beginn ah easy du hast doch spritzpissen gemacht oder was so first pick wieso bin ich nicht support ja schreibt man ich brauche keinen bock mehr also ich gehe nicht mit dem rennen machen lehne ich dort stand okay das wollte ich nicht mal schreiben gott warum denn da mal nunu solltest du schreiben wir sind wieder first pick ja also wieder gegen rennade also jinn meinst du stark gegen die ich wollte mir vorstellen weil er so viel burst hat draven vielleicht auch huschen glaube ich ja nicht jetzt picken die gar nichts oder was ich will doch ich will doch du schimpel ey es ist hier schon wieder los alex wie das ist wieder das league erlebnis jetzt aber kommt first pick an exakt weil ich will einmal wieder netzter ich will doch einfach nur die spiel beide unsere rolle bereit für den nächsten deutsch falls sie nicht gebannt würde alex jinn bahn hätte ich schon getargett und ja ich will jetzt spielen nein an die zeit wo fixer akad spielen wollen boah da nervt mich das aber der typ der renate spiel wollte es glaube ich gerade gelieft so wieso wurde jetzt gerade gedutscht es ist nichts passiert es ist nicht so kenne die first pick rennade also nein bitte nicht rennade an meinem team lief ich will das ist ein witz man nein ey ihr fotzenknödel mann fotzenknödel alex dann kommt doch direkt der nächste dodge kam wo ist first pick weil deren deren dritter pick hat zu bort gebannt hat nein ok fuck hier sind keine uhren hätte ich das sagen können scheiße hat auch kein cooldown ey es geht schon wieder los wie bei der cq range die ist eigentlich recht weit scheiße nach fünf minuten 03 das ist gar nicht mehr was hier los ist alex kann ich auch das ist dann gesehen alt aber das lecker ich kann nicht wehen aber ein aufgrund oder wie knapp ich kann nicht wehen doch ich habe alles drauf guter völlig ich dachte gerade ich habe außer sie mich selber geweht weil das ist kein indikator auf dich oder so abgewesen ach da ist es jetzt aber jetzt wo in 15 sekunden keine plates mehr da sind bro bitte nicht ich kann ihn nicht wehen und da junge was kriege ich aber damit nachher weil ich die shots übernommen habe von dem ich bin ich bin 9 nach 15 minuten Der Rammus gankt. What? Mein Lick ist einfach ohne Vorwort zu. What? Nö da, hallo. Bro, der ist ja schon wieder tot. Er spielt schon mit Ignite Top und geht 1-10, ey. Hau. Muss mir mal einer erzählen, wie das machbar ist. Das musst du doch schon wollen. Als ob mich das getroffen hat. Das ist die dämlich. Warum gibt sie den Reset? Keine Ahnung. Ich glaube, sie versteht noch nicht wieder Champions League. Ne, ich glaube auch nicht. Das ist unser einziger Vorteil. Ich glaube deswegen. Oh mein Gott, ich finde ja. Wieso habe ich das gemacht? Hätten wir wirklich, weiß nicht, zwei Menschen im Team, dann wäre das ein bisschen anders auszuspielen. Der Mann ist doch jetzt, wie lange ist der jetzt schon auf der Toplane alleine? Der, der farmt wie ein, weiß ich nicht. Wie ein, äh, Bot-Game. Easy. Bot. Guck mal, der Mann. Dein Bring-Bot. Boah ey, jetzt. Und ich verkaufe, weil mich ist okay. Digga. 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 Ey, ich hasse. League of Legends. Es ist das schlechteste Spiel. Okay, was ist das auch für Damage attack? Das ist ein schönes Spiel. Erstes Mal Renata. Toplane-G2-13 mit der G2-13. Ja, du kannst dieses Spiel nicht spielen. Du bist so abhängig von deinen Fick-Teammates, Alter. Und wenn du da menschlichen Abfall da reinkriegst, was sollst du machen? Was sollst du machen, Riot? Wo war mein Spaß in diesem Spiel? Wo? Wo Spaß? Langsame Spaß. Let's go!